Unsere vierte Finalistin kommt ebenfalls aus Deutschland, heißt Christina Klein, ist 13 Jahre alt und in ihren Adern fließt zur Hälfte südländisches Blut. Ja, denn ihre Mutter ist Griechin und auch Christina selbst ist mit Leib und Seele Griechenland-Fan. Ja, und bei ihren Familienfeiern, da geht die Post ab. Aber was erzähle ich? Guck doch einfach selbst. Meine Familie stammt aus Griechenland. Wenn wir zusammensitzen, wird immer viel gelacht, geredet und gestrichen. Mama, eine Woche, bevor du siehst. Was siehst du an? Griechische Pfanne! Ich habe euch etwas vorbereitet und muss euch das jetzt zeigen. Meine Freundin, Sophia und die Ring, sind auch Griechinnen. Regelmäßig gehen wir in die griechische Kirche, um zu beten. Griechland ist mein Leben. Und wartet dieses Jahr nach Griechenland? Ja, diesmal schon in den Zusammenhang. Fahren wir nochmal in Thessaloniki. Aber manchmal habe ich auch Lust auf etwas anderes. Hey Leute, ich habe eigentlich voll Hunger bekommen, ne? Hier nicht? Ja, lass uns zur Tante Kula gehen, was Griechisches essen. Na, also jetzt reißt man in Griechisch. Ich habe jetzt Lust auf Hamburger. Ja, okay. Okay. Elmar, was meinst du, ob Christina wohl mehr Griechisch oder mehr Deutsch spricht? Keine Ahnung. Ah, da müssten wir sie wahrscheinlich an ihrem Mobiltelefon anrufen. Oh, was für eine elegante und charme Überleitung, Elmar. Ähm, Christina singt nämlich von Westlife. Nein, nicht von Westlife. Das war der Originaltitel Mandy und Christina singt Handy. Hier ist die Startnummer 04. Christina mit Handy. Ich hab' dich nur angesehen, schon war es um mich geschehen. Schmetterling im Bauch, als ich dich spürte, als mich dein Display am Mord berührte. Die Seite haben wir Tag und Nacht miteinander zugebracht. Kenne dein Menü und jede Taste. Ich hoffe, dass ich dich nie überlasse. Oh, Handy, hab' dir ewige Freundschaft geschworen. Sind ein Team nur um dich. Oh, Handy. Nur bei dir kriege ich heiße Ohren. Nur ich hör' nur auf dich. Oh, Handy. Wo ich bin, ist ein Klingelton Am Klo, im Bad und am Balkon Nur heute ist es still, bist du in Nöten. Bitte sage nicht, dein Akku geht flöten. Oh, Handy. Hab' dir ewige Freundschaft geschworen. Sind ein Team nur um dich. Oh, Handy. Nur bei dir kriege ich heiße Ohren. Du, ich hör' nur auf dich. Oh, Handy. Mit der Rechnung kam das große Erwachen. Denn beim Endbetrag verging mir das Lachen. Oh, Handy. So geht das mit uns beiden nicht weiter. Oh, Handy. Sei nicht sauer auf mich. Oh, Handy. Noch verspannt. Der ist einfach gescheiter. Bitte versteh' mich. Du hast die Verwindung. Sei nicht klar. Oh, Handy. Hab' ich die Verwindung heut' gekannt. Oh, Handy. Wie manche Dinge, die fallen da an sich. Und darum seh' ich einen Strich. Oh, Handy. Christina. 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 Du hast gesagt, du bist der absolute Griechenland-Fan. Jetzt musst du uns aber auch sagen, was ist denn so toll an Griechenland? Alles. Alles? Ja. So kurz und knapp ist die Antwort. Wenn deine Fans dich auch ganz klasse und toll finden, dann solltest du denen jetzt unbedingt mal deine Startnummer nennen. Bitte ruft doch für die 04 an. Also, ihr habt's gehört, die 04 für Christina. Dankeschön. Vielen Dank.